Heute geht es um Lazy Load mit Angular. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute gibt es mal wieder ein bisschen was Komplizierteres bzw. für die Fortgeschrittenen unter euch. Und zwar geht es heute wieder mal um Angular und zwar um Lazy Load. Warum Lazy Load wichtig ist, werde ich im Laufe des Tutorials erklären. Es geht hauptsächlich darum, dass wenn man sehr große Projekte hat, nicht alles direkt lädt, sondern erst wirklich die Dateien lädt, wenn man es wirklich braucht. Also wenn der User auf einer bestimmten Seite ist, einfach um die Ladezeit zu Beginn einer Applikation zu reduzieren. Das Ganze ist eigentlich nicht sonderlich schwer, allerdings setze ich schon einige Voraussetzungen in Sachen Angular voraus. Also ihr solltet wissen, wie das Ganze aufgebaut ist, was Komponenten sind, was Module sind, wie das Ganze funktioniert, wann es wirklich sinnvoll ist, das Ganze einzusetzen. Das setze ich schon ein bisschen voraus. Deswegen hat dieses Video, auch wie ihr auf dem Titelbild seht, ein paar mehr Punkte. Ansonsten, ja, falls ihr Fragen dazu habt oder selbst Fragen stellen wollt, beantworten möchtet, und in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr meinen Link zu Discord. Dort könnt ihr einfach den Community-Server joinen. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Als erstes, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ich habe den Befehl ng-new und dann App-Demo eingegeben und mir damit eine neue App generiert. Wichtig ist, dass ihr hier Routing aktiviert. Das heißt, wenn ihr hier auf euren Source-Ordner drückt, in eurem App-Verzeichnis, solltet ihr eine App-Routing.module.ts legen. Das ist sehr wichtig. Alles andere ist relativ egal eigentlich. Hier ist ein bisschen was drin. Das löschen wir jetzt einfach schon mal direkt raus, weil das werden wir später sowieso austauschen in der App-Komponent. Allerdings müssen wir jetzt einige Sachen generieren. Und zwar brauchen wir als erstes ein neues Modul. Und zwar sagen wir ng-generate, das könnt ihr mit g abkürzen, module und dann customers-routing. Das heißt, wir generieren ein neues Modul. Wozu macht man das? Warum generieren wir nicht nur einfach eine Komponente? Schlicht und ergreifend, wenn ihr sehr komplexe Anwendungen baut, für die es sich lohnt, Lazy Load überhaupt zu verwenden, warum ihr dieses Video anguckt, dann braucht ihr Unterkomponenten. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich Unteransichten wie ein Admin-Panel oder so was oder andere sehr komplexe Komponenten, die aus vielen kleinen Komponenten bestehen. Und um einfach die Struktur zu behalten, sollte man das nicht alles in eine große Routing-Datei oder eine Modulkomponente packen, sondern das Ganze untergliedern in einzelne kleine Module. Das heißt, ein Modul ist ein Konstrukt aus vielen Komponenten und sortiert die so ein bisschen. Wir brauchen jetzt natürlich, um hier irgendwas noch zu tun, in unserem Customer-Modul brauchen wir natürlich noch eine Customer-Komponente. Deswegen sagen wir NGG und dann sagen wir C für Komponent und dann Customers slash Customer-List. Das Ganze generiert uns jetzt eine 0815-Komponente. Hier Customer-List ist erstellt worden. Und weil wir später zwischen mehreren Sachen auch hin und her navigieren wollen, sagen wir jetzt NG Generate Module und sagen hier Orders minus minus Routing. Und im Anschluss dann, wenn das generiert ist mit NG Generate C, sagen wir ebenfalls wieder Orders slash Order minus List. Das Ganze generiert uns dann wieder eine Unterkomponente und wir haben jetzt zwei Komponenten und zwei Module. Normalerweise würden das natürlich viel mehr sein. Für dieses Video reicht das aber aus. Das nächste, was wir machen, ist, wir kopieren uns aus der Angular Documentary einfach diesen HTML-Code in unsere App-Komponent, also in die Datei hier unten, wo wir sagen, H1 ist ein Titel. Dann haben wir hier drei Buttons, die einfach zu den drei verschiedenen Routen navigieren, die es später geben wird. Und wir haben hier eine Router Outlet, wo dann später unsere Komponenten geladen werden. Das Ganze speichern wir jetzt ab und können hier unten mit NG Surf das Ganze einmal bilden beziehungsweise kompilieren. Das Ganze mache ich jetzt mal klein und öffne hier unsere Datei. Die habe ich schon mal vorbereitet, lade das mal neu und wir sehen jetzt hier, das Ganze funktioniert. Wir haben hier eine wunderbare Datei. Ich habe hier schon mal den Network-Tab in unserer Konsole, also in dem Entwickler-Panel aufgemacht. Und das einzig Entscheidende ist im Prinzip hier unten diese Main-JS. Das heißt, diese Main-JS, das wollte ich nicht, ist hier gerade 23,6 kW groß. Das ist nicht wirklich viel. Wenn ihr aber beispielsweise jetzt 30 Komponenten habt und die alle in der App-Module lade, dann verändert sich das. Und das zeige ich jetzt einfach mal kurz, indem wir auf die App-Module gehen und sagen, wir wollen jetzt hier etwas hinzufügen und zwar unsere Komponent. Funktioniert das nicht? Sagen wir mal Customer. Ah, hier. Customer-List-Komponent haben wir hier. Und wir haben hier ja auch unsere Order-List-Komponent. Die importieren wir jetzt mal beide hier rein. Zack. Das heißt, wir haben die jetzt beide importiert. Speichern das Ganze ab. Gehen nochmal in unsere Live-Demo. Ich drücke Steuerung F5. Ladet das alles einmal neu. Und ihr seht, unsere Main-JS ist auf einmal 30,3 kW groß geworden. Was heißt, sie ist gewachsen? Nur weil wir hier zwei Sachen importiert haben. Weil Angular alles, was in einer Modul-Datei steht, direkt lädt. Was heißt, es wird direkt zu Beginn der Anwendungen geladen. Egal, ob der User es überhaupt braucht oder nicht. Und hier ist ein großes Problem, wenn ihr beispielsweise später so etwas habt wie ein Admin-Panel. Ein 0815-User braucht dieses Admin-Panel vielleicht gar nicht. Und wird es niemals sehen, lädt es aber mit, wenn es in der App-Module verlinkt ist. Was heißt, wir löschen das jetzt hier raus. Das müssen wir natürlich auch wieder rauslöschen. Sonst macht uns Angular Probleme. Und schließen das hier. Das brauchen wir alles nicht. Sondern wir gehen jetzt hier direkt in die App-Routing-Module-Datei. Und legen jetzt unser Routing allgemein fest. Natürlich können wir das jetzt ganz normal machen. Wir können jetzt hier sagen, geschweifte Klammern auf. Sagen hier Pass, Doppelpunkt. Und sagen hier, unsere Route ist Customers. Und können jetzt hier einfach beispielsweise sagen, Komponent, bla bla bla, wie man schon tausendmal gemacht hat. Allerdings ist das, wie gesagt, genau dasselbe, was passiert. Was heißt, man lädt es in dem Moment, wo man die Module-Datei lädt. Das wollen wir verhindern. Wir wollen unsere beiden Modules hier oben in dem Moment laden, wenn wir wirklich auf die Seite gehen. Und deswegen sagen wir hier Load Children, Doppelpunkt, Klammern auf, dann Arrow, Import, Klammer auf, zack, Punkt. Und sagen hier, okay, wir gehen in unseren Customer-Ordner. Sagen hier Customers.Module. Wollen wir laden. Sagen hier Punkt Zen. Mod, Arrow Function. Mod.CustomerModule. Was heißt, in dem Moment, wo wir das hier gemacht haben, sorgt Angular dafür, dass wir die Datei erst laden, wenn wir wirklich diese Route hier aktivieren. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, wird erstmal nichts passieren. Weil wir würden hier auf unsere Routing-Module verlinken, auf unsere Customer-Module verlinken. Allerdings steht hier in Routing noch nichts drin. Was heißt, wir müssen hier eine neue Route hinzufügen, so wie wir es kennen, dass wir sagen, Komponent, Customer-List. Die müssen wir natürlich noch importieren. Und das Ganze speichern wir jetzt einfach mal ab. Ich öffne jetzt hier unsere App-Datei, lade das Ganze einmal neu. Ihr seht, unsere Main-Datei unverändert 23,9 KB. Ich klicke jetzt hier auf Customers. In dem Moment hat sich unten Customer-Module.js, keine Ahnung, warum es so lang ist, geladen. Das Ganze ist 211-Byte groß, nicht wirklich groß, ist eine mini-kleine Datei. Könnte aber später wirklich groß sein und wird halt in dem Moment nachgeladen. Wir können das Ganze jetzt noch einmal duplizieren. Das heißt, wir kopieren das einmal, machen hier ein Komma hinter, machen das hier drunter, sagen hier Orders und sagen hier Orders und hier unten ebenfalls Orders-Module und hier sagen wir nicht Customer-Module, sondern Order-Module. Das Ganze speichern wir jetzt ebenfalls ab, gehen hier ebenfalls in unsere Routing-Datei rein und können jetzt hier unten ebenfalls noch einmal unsere Route austauschen in Orders, genauso wie wir es bei Customers gemacht haben. Speichern das Ganze ab, gehen hier nochmal in unsere Datei, das wollte ich schließen, lade das Ganze neu. Wir haben jetzt hier direkt Customer-Module geladen, weil wir hier direkt auf dem Pfad sind. Wenn ich jetzt auf Orders gehe, lädt der Orders nach. Wenn ich auf Home gehe, das Ganze mit STRG 5 neu lade, seht ihr weiterhin, es ist nicht wirklich größer geworden. Ich kann jetzt hier drauf drücken, sehe Orders, sehe Customers, es wird beides dynamisch nachgeladen in dem Moment, wo ihr auf den Pfad geht. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, im Prinzip müsst ihr einfach nur gucken, dass ihr beispielsweise alle Unterseiten, die es gibt, alle größeren, komplexeren Unterseiten, genau so ladet. Das reicht schon dafür, dass ihr eine Menge Load-Time gespart und das ist eigentlich der einzige Weg, eine Angular-App für Google so weit zu optimieren, dass ihr wirklich auf 100% Load-Time kommt, also eure Ladezeiten wirklich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und erst ladet in dem Moment, wenn ihr Dateien wirklich braucht. Und das finde ich ein wirklich wichtiges Feature, vor allem für die User Experience in der mobilen Nutzung. Und deswegen sollte jeder Lazy Load in Angular nutzen, weil es ist wirklich nicht viel Arbeit, wenn man es direkt von Anfang an importiert. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt und eine Videobeschreibung wie immer, Facebook, Twitter, Instagram, schaut vorbei oder join dem Discord-Server. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort wie immer auch ein Amazon-Affiliate bzw. einen Patreon-Link, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.